2 Spiele, 2 deutliche Siege. Tausende Fans feierten in der Moskauer Innenstadt den perfekten Start der russischen Nationalmannschaft bei der WM im eigenen Land. Dem Kanter-Sieg im Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien folgte in St. Petersburg ein fast ebenso deutliches 3 zu 1 über Ägypten mit Superstar Mohamed Salah. Ich bin einfach nur glücklich, kann es aber noch nicht fassen. Das ist einfach wow. Ich bin echt stolz auf mein Land. Jetzt haben wir die zweite Runde wohl schon sicher. Wir haben gejubelt und gelitten. Wir waren nervös und haben manchmal geflucht. Aber jetzt sind wir glücklich. Sehen Sie selbst, das ganze Land ist happy. Schon heute Abend gibt es vielleicht wieder Grund zum Jubeln. Wenn Gruppengegner Uruguay gegen Saudi-Arabien gewinnt oder unentschieden spielt, wäre die Spawner ja bereits für das Achtelfinale qualifiziert.